Weiter geht es mit einer neuen schattenhaften Folge Party Animals mit einem Mann, der die Anders-Schatten beherrscht, Kreis Das war die Schatten-Welt-Sprache und bedeutet Lollipop Klingt aber sehr unfreundlich für etwas so leckeres, süßes Ja, sie ist sehr nah angelehnt ans Klingon, vielleicht habe ich gerade in Klingon irgendwen beleidigt, das kann durchaus sein Die Schatten-Welt-Sprache aus der Anders-Welt Ja, Anders-Welt ist jetzt irgendwie Kult, wir haben die Anders-Welt revived quasi, ne? Ja, ja, es ist wirklich, es ist wirklich so Anders-Welt-Milch Anders-Welt und was seit gestern auch überall ist hier, ne? Unterbrich nicht die Conga-Line, das ist auch jetzt irgendwie, das ist jetzt neues Gesetz offensichtlich Leute, auf einer Hochzeit war gestern Abend jemand und meinte so, stopp, 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 stopp Bitte die Conga-Line Ja, bitte hier nicht quer durch die Conga-Line, du weißt es Gehen Sie bitte mit Ihrem Eiersalat aus der Conga-Line raus Goose McScrooge? Ich weiß nicht, Goose McScrooge, wo ist er denn? Äh, da Hi Goose Guck mal, hier hat jemand das Aus-Rambol-Schwein Das goldene Rambol-Schwein, er hat zwei Schläge, zwei Tritte in den Beutel ausgehalten Die Legende besagt, er konnte zurücktreten Er hat nicht angefangen, aber konnte zweimal treten Du lügst doch, nein, nein, ist echt wahr Wenn du überlegst, dass wir solche Sachen früher Gemacht haben, ja Wir haben sogar das nachgemacht, wo du dich wie bei Jackass So breitbeinig gegenüber setzt und dir einen Ball in die Eier wirfst Ja, 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 klar, wir haben auch Jackass nachgespielt Mit Einkaufswagen und so ein Zeug Ja, ja Gehst du an den Gummi? Ich versuch's, aber der Big Gummi ist gerade Außerdem lieg ich hier rum und bin noch ein bisschen betört Jetzt bin ich überhaupt, rotes Team Okay Dann geh ich erstmal hier aufs blaue Krokodil Ja, ja Ihr dominiert den Gummi ganz gut Guter Dominanz, Gummi Ich distracte hier Und hau hier noch ein bisschen Kleinkram rein Ja, bitteschön Noch eins rübergepenglet Oh, ja, und noch eins hinterher Noch eins hinterher Hier hau mal das Krokodil kaputt Danke sehr Ich mach das hier mit der Katze Wir sind ein gutes Team Ja, und ich hol hier so ein bisschen Kleanzucker rein Weißt du, wie man sagt, Kleanzucker macht auch Fett Ja, klar In großen Mengen macht er auch Fett Ey, das war's wahrscheinlich schon nach der Dosis Noch nicht ganz Hier nochmal ein bisschen Zeug Kannst ein bisschen weiter reinlegen Na, die Kuh will hier ablenken Alter Hier noch einer Noch einer Muss nur noch einmal runterziehen, dann ist es vorbei Ja, ja Die Kuh liegt da Oh, so macht man das So gute 90 Sekunden Geht man da rein und sagt Zeig mir mal deinen Lolli Ich hab größere gesehen Ich hab größere Zuckerstangen gesehen Team, hier kriegst du auf die Fresse, Team Gegen die Gooses Max Scrooge Hast du keine Chance Tom Goose-Style Alter Ich hab 600 Nemo-Bucks gekriegt für Level 74 Alter Da kriegst du ja richtig Da kannst du ja direkt hier so ein Finish Nemo holen Finish Nemo aus den Schatten Der Schattenfisch Der Schatten-Clowns-Fisch Naja, es wird ne Beat-Up Das wird ne Beat-Up Ganz klar Das ist ne Revanche Beat-Up Glaubt mir Die wollen hier Hier gibt's einige, die haben gesagt Ey, ihr zwei Dick auf meiner Redemption-Liste Hab ich jetzt auch schon in den Kommentaren gelesen Dass Leute gesagt haben Du bist auf meiner Redemption Ja, klar Also wir sind auf vielen Redemption-Listen Das ist das Problem Deswegen werden wir immer so gefokust Schon wieder Das ist ne einfache Oder wollen wir Kühe nehmen Die sind auch ziemlich brückig So dämonische Kühe So mit Nasenring und so Ist schon gefährlich Oh oh Hier wird schon sich ausgetauscht Über Emojis machen die nämlich Absprachen Zweimal Katze Daumen hoch heißt Ja Team Ja Und ein Bye heißt Go Kreis Ne, das ist so ein So ein versteckter Code Den die mittlerweile haben Boah ey Der Hase macht hier auf Gold, Mann Ich werde nie wieder bei Bewusstsein sein Direkt hier ein Geben und rausgekickt Katze hab ich raus Ich hab schon ganz gut team dezimiert Ja, ich hab hier den blauen jetzt gerade Alles, alles tot Alles rausgegspallert ey Alright Snickers und Gradi Die wollten es eigentlich doch wissen Boah, ich leg hier Ich hab ein Horn Alter, den Hasen hab ich nochmal richtig nachgepanscht Boah, der hat mir voll gegen Kehlkopf geschlagen Jetzt sind auf einmal zwei goldene Hasen Ich hab dich irgendwie vermehrt Wie die kein Nickel Wie die kein Nickel Lebst du noch? Ne, ne? Ah doch, du lebst da hinten noch Gold man in Flags Alter, ich hab so ein Headspin Breakdance Move gemacht Ah, ich bin Hasen direkt nochmal hier Ey, ich krieg die nicht hoch Irgendwie Das ist einfach zu schwer Hier die Schwermetallhasen Alter, was? Ich hab übelst getroffen Na gut, er mich aber jetzt auch Aber ganz komisch Achtung, ich lieg da Nice Bin wieder da Die Hühner Alter Nein Oh, ich zieh dich rein Die sind beide in einem anderen Team Aber wollen beide uns tot sehen Ja Ach, schon weg da hinten Labombolo Ich leb noch Ich bin down, aber du bist der Überlebende Ich bin der Überlebende Klock, klock Der Hase lag direkt da in der Bombe Oh Ich hab aber einen mitgenommen Aber da regnet es noch Ich geh in die Anderswelt Ich bin in die Anderswelt Ich bleib erstmal getarnt in der Anderswelt Bombardiere die oben weg Vorsicht, da kommt ein anderer Hund Ich werf da hinten mal auf den Hasen Der da hängt Heimlich an der Bridge Der kriegt da Tschüss Hase Oh was? Ich konnte mich einfach nicht festhalten Was war das? Oh, ich hab so eine Butter Geschichte war das irgendwie Oh, blau gewinnt Mit ordentlich Butter Die gute alte Blauschimmelbutter Scheiß Katze da wieder nicht drüber Boah Die retten sogar die Katze Da wird Interteam kooperiert Das ist richtig Crazy Boah, das brückt ein Chakou Es ist Oh Gott, ich krieg's dann fester ab Sorry Weg vom Chakou Vorsicht, da liegt eine Banane Boah Boah Was war das denn? Alter, das war ein krasser Wurf Das, äh, Alter Ich war nicht mal bewusstlos, ne? Und er hat mir richtig Slider gegeben Ja, aber das Chakou gewinnt immer Chakou gewinnt auf der Brücke Deswegen ist es, äh, so selten Brück Chakou Wenn du's kriegst, ne? Es fällt ja schnell durch Durch die Ritzen Ja Aber gegen den Brück Chakou Hast du keine Chance Nee Brück Chakou Daran sind schon die Römer zugrunde gegangen Nee, die Römer Die hatten da Probleme mit Hä? Ist das nicht auch von diesem Swimmingpool-Erfinder da Von den... Hä? Du meinst... Bücksack U Ja, der hat das erfunden Bücksacku my dicks Bücksacku my dicksu Bücksacku my dicksu Ja, Black Hole For the Skin Für den Ramsey Ja, die Leute wollen Ramseyen Die wollen es aus-Ramseyen Aber hab ich... Haben wir den nicht schon? Nein, wir haben keinen Gordon-Dog Wir haben... Black Hole ist einer unserer Most-Redemption-Maps eigentlich Ja gut, weil da kriegst du aber auch immer sofort, ne? Wenn da ein Schwitz dabei ist Ja, weil du kannst da easy übers Geländer werfen Ja Wärst du mit dicken Elchen, oder? Irgendwas Dickes, ne? Irgendwie vielleicht auch so was aus der Comrade-Forschung Hast du den hier? Guck mal, ich hab einen mit Schal So einen richtig schönen Nee, den hab ich nicht Alter, wo hast du den her? Ja, ich hab nur den... Comrade-Elk Wahrscheinlich hab ich den irgendwann mal gezogen Oder Achievement Boah Ja, ich bin... Nicht tot Nee, 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 nee Ich hab meinen Lolli da reingespreckt Hier in den Adelsspritz, oder wie der heißt Alter, dieser Affe! Ich den Affen wieder nicht treffen kann Wie der so'n... Can't touch it Affe! Lolli ist noch in the game! Lollu, ey Ich prügel einfach auf sie ein Oh, Chucks! Vorsicht! Ich krieg's hier nicht Weil's so puttrige Chucks sind Unter Chucks No! Unter Chucks Oh, Enten! Ich bin gedockt mit ner... mit ner Ding Boah, er konnte zum Glück nicht richtig werfen Oh, die Ente, Alter! Wie sie mich weg ist Seinen Mait hab ich Vorsicht! Oh Gott! Alter, es kommt ein... Anderes Einhorn aus nem anderen Team Gib mir auf die Fresse Wir sind wahrscheinlich alle weg Ich nehm sie mit in die Hölle Du bist ja noch relativ gut Ich bin relativ gut gestellt Ich nehm sie mit, ich hab beide Ich hab beide Ich leb sogar noch Jetzt komm ich erst in den... Ich hab beides schön festgehalten Ja, die waren so tief im Loch Was ist mit ihm? Ich kann ihn nicht schlagen So jetzt? Boah! Wo ist der denn hin geflogen? Das ist Einhorn mit Antenne... Ich hänge an der Kette fest! Das ist Einhorn mit Antenne... Ich hänge an der Kette fest! Aber... Leider konnte ich ihn nicht packen richtig! Ich lieg da hinten auch noch Das Einhorn schonmal weggezimmert Achtung, Vorsicht! Ich schnapp mir ne Kabeltrommel Wer kann ich nicht tun? Ich hänge an der Kette mit dem Hund Wir haben grade hier so'n... Moho und ich haben grade so'n Pakt des Friedens Oh nice! Oh oh! Wieso zündet die Bombe von allein? Was war das? Diese Gans ist so fettrig! Naja Tom Goose wegen der Goosejacke Oh 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 oh! Ich lieg direkt! Bei einer Bombe! Oh oh oh! Ich hab auf jeden Fall richtig Ausdauer! Falls du weggerissen wirst! Ich hab auf jeden Fall genug! Na der Hund könnte knappe Geschichte werden! Bleib doch am Leben! Diese blöde Kette! Boah alter ein Closeline Jumper! Aber was für einer! Ja ich nehm ihn mit! Ich leb sogar noch! Mir gehts richtig gut da unten! Hey! Die haben da unten ne Bar! Die haben da unten ne Bar! Haha! Der Closeline Commander! Uff alt! Hab ich den genockt! Mit dem Wurf vom Toten! So hab ich auch noch nie ihn bekommen! Haha! Ah Mist! Ich hatte keine Ausdauer mehr! Okay! Ich leb noch! Du auch! Ja! Ja! Kleben hier alle an der Kiste! Boah! Mich hat ne kabellose Trommel irgendwie erwischt! Einmal kommt hier ein Tennishund! Das Einhorn da hinten ist über die Planke geflogen! Oh Gott! Kriegste nicht! Achtung! Der Tiger! Er will die weise Zukunft! Will er voraussagen! Defendet! Woher kommt der? Keine Ahnung! Ist jetzt gar nicht nett! Na die Bombe! Ja! Die Bombe knockt sie aus! Die Bombe knockt sie aus! Team Rot! Wo kommt der hier? Ja! Der hat sich da hinten immer noch an der... Achtung! Der macht zu Close Kicks! Ist mir egal! Er will in die Anderswelt! Da hinten läuft er! Er ist an der Kette! Er ist an der Kette! Auf zur Kette! Ist er abgehauen von der Kette! Komm zur Kette! Nein! Bleib erstmal hier an der Kiste! Boah! Das Ding zieht! Alter! Das Ding zieht! Boah! Der zieht mich richtig rein hier! Das schwarze Loch Ding! Ah Mist! Alter! Ich krieg ihn nicht! Ich hab keine Ausdauer! Oh Gott! Die Anderswelt! Egal! Anderswelt Profi! Ich schmeiß noch ne Bombe rein! Alter! 3-0! Richtig das schwarze Loch dominiert! Na da ist die Redemption! Da war die Redemption! Das war auf jeden Fall ne Redemption! Wir haben jetzt drei Karten hintereinander ganz schön hart! Wir redempzieren hier gerade! Ja! Ich bin hingefallen! Alter! Ich level auch gerade richtig kräftig! Ich hab eben gerade nen Cool Reward bekommen! Einen Cool Reward! Oha! Kool-Aid! Wie war ihr Dings? Aus dem Hintergrund! Wo er die Traubenlimo verschüttet! Und dann aus dem Hintergrund! Frag ihn ob er auch Kool-Aid hat! Mr. White ist Kieferchirurg! Na die wollen den Winter! Oh! Es wird aber Baszball! Es wird Buszball! Buszball Guzman! La Guzball! Schön Kussball! Schön Kussball! Er ist auch einer der in den meisten Filmen mitspielt! Und wenn du seinen Namen nennst! Dann weißt du! Wen meinst du? Wer ist das? Er Guzman! Legende! Vielleicht so ein Lava Tomio Hachi! Aber auch schon lange nicht mehr! Einen heißen Hachi! Einen heißen Hachi im Hotball! Ja Snickers ist noch drin! Und Ninja Pig! Und Celine! Da gibt es auch einen Skin! Und zwar wenn du jeden Treffer selbst machst in deinem Team! Ja gut mei! Ja krieg ich es mal hin, weißt wie schwer das ist! Achtung! Okay die wollen es wissen! Aber so richtig! Ich bin immer noch genockt! Gut! Gut gepasst! Guter Pass nach vorne! Alter meine Katze springt mir in den Nacken! Oh mein Gott! Das ist Schwitz! Das ist Schwitz! Guck mal! Ich baller die! Schnapp dir das Teil! Schnapp dir das Kügelchen! Die wollen die Explosion! Ja ich habe extra gewartet! Ah nein! Und rein! So eine kontrollierte Sprengung! Aber da sind die Hot Hachis wieder unterwegs! Ja die heißen Hachis! Gegen so einen heißen Hachi ist schwierig! Ey ich habe diese Folge jetzt wieder gesehen mit Return of Chefkoch! Achso ja! Mit dem Agent Jarvis! Hat er dich da angefasst! Oder hier! Hat er das mit dir gemacht! Mein Onkel Butt hat das mal mit mir gemacht! Ja ich habe ihn aufgehend! Macht er das mal! Vorsicht! Die Goose! Ey Unstoppable Goose! Schnapp durch die Kugel! Schnapp durch die Kugel! Oh! Du trägst jemanden durch die Kugel! Mach ne Sprengung! Mach ne Sprengung! Schöne Sprengung! Nächste Sprengung kommt! Ah! Aber der ist in unsere Richtung gegangen! Oh nein! Oh! Was! Okay da wollen sie richtig rein sweaten! Das sieht man sofort! Ich hatte nur Glück dass ich ihn so gut gepuncht habe! Aber das ist trotzdem richtig auf Schwitz gebügelt! Ich bin dran! Mach den Run! Ne 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 die kriegt mich nicht! Ich habe sie richtig ausgeworbelt! Die Katze die Trommel! Guck mal hier! Zack! Ausgeworbelt! Leichten Zickzack! Da kann mich auch ne Zuhälter Pussy nicht aufhalten! Boah! Boah! Alter! Was war das für'n... Für'n... Weibwurf! Hau ihn doch raus! Hau ihn weg! Ach Mann! Ich hab die Katze doch K.O. gehauen! Wie konnte sie sich noch festhalten? Nein! Ne ich krieg's nicht! Alter! Hier wird hart geschwitzt! Explosion! Boah! Aber nicht zu uns und Gunsten! Ganz... Direkt vor unser Tor ge... Und ich bin genockt! Ne! Alter! Direkt vor unser Tor haben sie das... Hat sich das Ding hingekickert! Ich lag da auch ziemlich lange rum! Na ich wollte noch rein aber... Hätte die Ente lieber den Typen festgehalten! Anstelle dann zu schlagen! Jetzt! 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 Hab das Ding! Ich kann nix tun! Hab ihn rein! Hab ihn rein! Aber es ist knapp! Wir brauchen jetzt nen Aufholpunkt! Also wollte mich aber ich hab ihn ausgekontert und... Zack! Bin ich überholt! Ja ja! Klar! Wir sind jetzt mit einem im Plus! Aber jetzt wär so'n... So'n Safe Point wär jetzt ganz gut! Weil sonst läuft's so! Ja! Sonst läuft's genau so! Das ist aber auch... Du schlägst dann... Ne! Der schlägt ja dann irgendwie 2-3 Mal noch in die Luft! Der Charakter! So bis er sich beruhigt hat! Und du wieder irgendwie greifen kannst! Am besten ist es sie festzuhalten! Festzuhalten! Aber das ging ja nicht! Weil du... Wenn du zweimal drückst oder so... Dann schlägt er ja noch nach! Lass los! Lass los! Ah Mist! Jetzt greif! 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 Oh! Das war'n Schlag in die Magengrube! Ah, bist du! Oh nein, mein eigener Mate! Alter, warum machst du das, Dude? Alter, hol das Ding da weg! Ich halt es fest! Ich werfe es nach vorne! Halt das Schwein! Halt das Schwein! Ne, da kommen zwei! Wo sind unsere Leute? Weiß ich nicht! Hinten am Tor oder so! Oh! Komm nicht ran! Ne, 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 ne! Ich leck! Jetzt zieh durch! Ja, er zieht! Nein! Ey, ganz oben! Oh, no, 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 no! Oh, ne! Und wieder zu uns, Mann! Ja, das ist ein Punkt für die! Der flutscht aber auch direkt! Oh, er hat's versaut! Das war nur an die Latte, aber... Oh! Ich wurde von meinem eigenen Mate! Ey, diese Ente geht mir so auf die Nerven! Ja, aber er war schon auf dem Weg zu unserem Tor! Es war schon nicht so schlecht! Ja, aber ich hatte ihn im... Am Pack und dann haut mich die Ente wieder kaputt! Ja, aber er hatte den Ball trotzdem direkt vor uns am Tor! Au! Au! Knockt! Alle knockt, alle knockt! Alle knockt! Die ganze, die ganze! Die ganze! Sie macht rein! Ah, jetzt wird's richtig unangenehm! Wir brauchen jetzt den Ausgleichspunkt! Aber ich wurde von dieser verdammten End jetzt schon so oft ausgenockt. Los, 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 los. Ja. Ja, easy. Easy trennen, easy trennen. Den Hasen hier in die Trommel. Haha. Puh, guck mal da. Links vorbei. Hey, schön. Und dann im Strafraum. Jetzt noch einen Punkt. Komm. Ne, zwei brauchen wir, oder nicht? Ne, einen. Oder? Ne, zwei. Stimmt, sechs Punkte. Ich dachte, fünf. Oh, 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 der ist drin. Der geht rein, Junge. Ich habe aber auch nicht mehr hin. Ich wurde am Anfang so in die Ecke von denen gepanscht. Ich habe es versucht, aber da siehst du, die Katze hat mich weggepimpt. Mit einer ordentlichen Pimp-Slap. Und dann... Ich war zu spät da. Achtung! Ich lege, ich lege, ich lege, ich lege, ich lege forever. Alter, die Explosion... Bist du noch am Leben? Stehst du noch irgendwo hinten? Ja, aber ich kann den Ball nicht nehmen so jetzt. Achtung, ich werfe nach vorne. Die sind alle zu viel. Oh, ich habe ihn ausgenommen. Was ist los? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Zieh. Zieh. Das sind zu viele. Das Ding geht aber auch immer zu uns. Ja, ich habe die Gans an die Seite geräumt. Ich bringe ihn aus unserer Badzone raus. Nein, ich schaff's nicht. Rein, rein, rein. Schnapp ihn dir. Ja! Oh. Ich habe ihn... Die haben mich gequetscht wie eine Zahnpasta-Tube. Alter, jetzt Matchball. Wie ich den rausgeflutscht habe. Jetzt, warte. Na, wenn jetzt flutsche ich. Ich will jetzt mal auch die Fizzi aus, da. Das war ein Lendenflutscher. Oh, oh, ne Quick Guns. Das gibt's nicht. Schon wieder haut mich die Ente kaputt. Zieh das Ding weg. Du blöde Ente, Alter. Oh, ich stand zwischen Ente und Faust. Kann ich aufstehen? Boah, ey. Ich bin genockt, ich bin genockt, ich bin genockt. Haut die Katze tot. Ich habe die Katze geschlagen. Vor mir dem Ding. Werfe! Ich bin dran. Ja! Ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht rein. Das Schwein hält den fest. Nein. Du musst ran. Ihr müsst ran. Wir wollen, aber... Ich hänge ihn in der Trommel. Ich komme nicht mehr aus der Trommel raus. Warum hält denn der Affe mich da fest? Ich weiß es nicht. Flutsche ihn rein. Was? Was? Alter, der war quasi drin. Achtung! Explosion! Schnapp dir das Ding! Komm! 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 Alter, das war eine Sweatball-Runde, ne? Das war richtig nasse Bällchen. Das war nasse Bällchen. Jetzt erst mal Puder holen. Schiri wollte schon abpfeifen. Er hat die Pfeife schon... Da war schon Spucke dran und so. Ja, ja. Die war schon im Mund. Er hatte die Hand schon... The Claw. Buzzball. Single-Handled was? Irgendwas habe ich bekommen. The Claw, Alter. Man hat sich... Die Klaue. Die Buzzball-Klaue. Die Kralle. Alter, das war eine Buzzball-Runde, du. Oh, Leute. Wir gehen jetzt erst mal unter die Dusche abkühlen. Waschen. Sünde. Muss vom Körper runter. Field-Bite habe ich bekommen. Alter, als Charakter sogar, oder? Ja, ja. Field-Bite. Richtig krass. So, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschau. Jubelub.